Herzlich Willkommen zum Sion-Gastro-Tipp des Monats aus der wohl schönsten Stadt Deutschlands aus Köln. Denn hier in Rodenkirchen öffneten zwei Italiener, die ihr Land, guten Wein, leckeres Essen und Musik lieben, das Setan Totto. Und wenn einer davon noch der Entertainer und Ex-Programm-Sänger Giovanni ist, dann kann das eigentlich nicht mehr schief gehen. Alfredo und Giovanni sorgen stets für gute Laune und es macht immer wieder Spaß zu verweilen. Das neu konzipierte und umgebaute Restaurant ist eine Mischung aus Restaurant, Club und Lounge. Die Inneneinrichtung ist stiefend und super aufgeteilt. Schummriges Licht, eine helle leuchtete Bar und laute Musik. Wer hier hinkommt, will keine ruhigen Gespräche, sondern gute Unterhaltung. Neben dem sehr anmutenden Innenraum gibt es für die schönen Tage auch eine große Terrasse, auf der man den leckeren Wein oder ein leckeres Sion-Kölsch genießen kann. Auch wenn hier viele Plätze zu vergeben sind, sollte man am Wochenende besser reservieren. Das war's auch schon wieder mit dem Sion-Gastro-Tipp des Monats. Ich freue mich aufs nächste Mal und denk dran, von dem letzten Sion-Kölsch, da trinken wir erst noch einen. Und wenn's geht, aus der Nurk immer zweifeln mit der Gastro-Flasche. Auf jeden Fall. Bello, scende das country. UUN Mua!